Hallo Oh, das Garten die Angeheulen Oh, das Schöne, ja Es irritiert mich immer Wir haben auf der Map schon so oft gewonnen Wie das so wie der Videoprogramm ist Ja, also sie hängen da schon echt zum Hals raus Das ist, äh Easy Na, man müsste irgendwie mit ausschließen können Das kannst du jetzt in der Heldenliga glauben, oder? Weiß nicht, Jakob, hast du schon mal gespielt? Es geht wieder ab Man sei jetzt so still, lauscht jetzt alle meine Freundinnen, oder was? Hm Nee Hey Oh ja Hey, die hören wir, ob wir wollen oder nicht Also Ich weiß Also ihr schämisches Lachen im Hintergrund Ja Und ihr Husten Ja, das stimmt nicht Ich hab's nicht Ja 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 Los Na ich würde sagen Ja Die Heir Aber was hilft? Ich hab selber so zwischen die Finger gebuxiert, dass ich nicht mehr rausgekommen bin. Kann aber weitergehen, sag ich mir hier. Nein, was ist das schon wieder für ein Anfang? Leute, was geht hier? Ich bin ja schon gut an. Auf diese Minuten kommt eigentlich immer, Leute. Ich würd wohl gerne Minuten zahlen wissen. Da bin ich schon mal im Kopf ab. Bei 2.30 müsst ihr, glaub ich. Oder bei 3 Minuten. Naja, ich geh dann da oben. Lass du das sofort, mach dich in die Mitte alleine. Ich komm schon hoch. Geh runter zu Jakob. Bleib in der Mitte. Geh runter. Pitches, komm Torben. Helfen sie sich nicht. Aber 1.30 sogar schon. Helfen sie sich nicht. Bange los. Oh, Reiner. Der war jetzt aber nervös, der Typ. Hallo, Leute! Leute, was ist mit der Schock-Leben? Rainer-Fisch, der ist low. Ja, sag mal, wer kommt denn hier noch, als? Ja, äh, Flo weg. Okay, hier, der ist gut. Ja. The last minute, Jus. 5, 4, 3, 2, 1. Toll, holl. Ja, Chase, wieder nicht. Mach... ...einen Boss machen. Wohl, oben ist jetzt grad kacke. Ich hab... oben. Okay, wollen wir einen unteren Boss machen, oder was? Oh, Rufhau, nein, wollen wir nicht. Nee, das hab ich wieder nur eine Treppe. Ich seh den Logo nicht. Nee, kann nicht. Achtung, Leute! Muss mal schnell zum Brunnen. Okay, geh mal raus. Oh, da hat er schon besser gesehen. Gut. Hat sich schon erlebt. Ich bin schnell tot. Geh dort weg. Unterer Boss, oder was? Mach mal. Ja, schnell. Da ist er, jetzt hat er nicht recht. Okay, unten Boss, los. Leicht. Du musst jetzt aber schnell gehen. Ich geh zurück, ich halte dich zurück, wenn du kommst. Alles klar. Nimm schon mal. Alles klar, wir kommen jetzt. Alles in den Busch, alles in den Busch, rechts. Kommt, die ist Nova. Ja, ja, warte, warte. Ah, sorry. Jetzt komm. Tank. Tank an den Fokus. Ich bin nicht auf die Tänke, sie sind auch schon auf die Tänke. Ich bin nicht auf die Tänke. Ich bin nicht auf die Tänke. Ich bin nicht auf die Tänke. Auf die Tänke. Hör auf die Tänke. Hör auf uns, hör auf uns. Hallo, was? Ich brauche eigentlich nicht. Ich brauche hier, ich brauche immer einen Assassinen. Weg. Danke. Fuck. Ah, der Floh ist schon unterwegs. Soll ich das dann nehmen, oder will ich... Nein. Ich kann... Ich kann... So. Ja, du machst den meisten Damage, deswegen wäre es eigentlich unlogisch, wenn du ihn nimmst. Na ja. Wo ist es denn... Wo sind denn die ganzen Samen hingegangen? Gar keine geholt, oder? Ja. Alle wir. Ja. Wir haben nämlich schon ungeheult. Wie nicht. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Nein, wie geht's... Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Das ist verkümmert. eingegangen, wurde nicht gegossen. Ich kann mal hier ein paar Dinger machen, ich komme mal hoch. Ja, Delika mit. Jawohl. Ach, das wird genau auseinander gepusht, dass ich nicht mehr einen Verschluss machen kann. Ja, musst du. Das ist ja ein IPC. Oh, der ist gerade auch noch oben drüber. Der ist reicher. Ah, die Katze. Wo Stachte kommen mit? Ah, das war nur du nicht. Ah. Ja, die Camps war, haben wir gesagt, warum kommen wir denn mit? Wir haben angekündigt, dass wir das Robo Camp machen. Jakoboy hat eben da unten, und hat dann das untere gemacht. Ja egal, komm ich wieder, dann mach mal obere Seite, würde ich sagen. Wir müssen versuchen, hier unten die Kleinen auch zu machen. gestolp rapportieren, das struck mal. Oh man... Wir müssen auch wiederqueuer werden. bleiben wir oben. Ja, ich kann ja gerade nicht alleine anfangen. Jetzt kommen sie gleich hoch. Ja, jetzt gucken. Jetzt müssen wir die Damen mitnehmen, wie es geht. Okay, das ist super. Hey, lass die noch, lass die noch, lass die noch. Ja, ich hoffe mal, dass sie wunderkettet. Ja, die Dings, du hebst alles hoch, ne? Geil, ey. Ey, die Dinova. Genek gesehen. Ne, er entsoftet. Ich hab's gesehen, aber ich kann leider keinen Damage drauf machen. Hättest du was gesagt? So, da siehst du doch mit jeder Gruppe eben. Da siehst du dann immer das Minus 1. Ich hab' sondersweite Sätze bekommen, ja? Oh, das hatten wir viel gebracht. Ganz, die Pflanze kann man noch machen. Ich kann nur genau sehen. Auf, auf. Mach mir, mach so. Da müssen wir ruhig nichts machen. Ich kann nur genau sehen. Da müssen wir ruhig nichts machen. Achtung hinter uns. Ah, ist das ein Penner. Ja. Hurenbock. Ja, macht's vielleicht noch hier oder hier. Ja, macht's vielleicht noch hier oder hier. Ja. Gertenssichtum dir helfen. Oder? Ja, doch. Somm, jetzt ganz unbedingt aufrufen, Murat. Was sind die, machen die gerade Boss oder was? Das für ein Boss. es ist ein Schilder-Kabuss aller mit der mit dem er war es nicht wo ist der Boss die wo er muss es doch ein Boss geben der Brunner der Klinik die die und die Euro alle und und Böcke alle durch die Reihe macht ihr da aber irgendwie Wipen die kommt verdeckt und schießt mit halbem Leben weg was soll ich denn machen mit einem Schuss? ja komm, machen wir unten da unten können wir irgendwie nix machen kannst du machen nix geht ja auch nix, jetzt bin ich wirklich auf die Piste ja es ist soweit tut was getan wird dann lass, lass die oben dann holen ja direkt Boss oder? ja doch wir fangen schon mal weg an ne ne, erst mal ne 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 dann werden wir zwei schon mal auf den Piste gehen ok, bei uns wechseln wir zum Kaus bei denen auch ich geh dann schon mal zurück und dann kommt die eine mit auf die Mitte wenn ihr hier fertig seid zum Rücken direkt raus kein Kuhzeit ab geht ab geht scheiß der Heizschiff kein kein Alter komm zu mir 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 du hast uns nur zwei gemacht danke wo bist du? die ganze Zeit läuft genau in die andere Richtung ich glaube die verkacken hier umgeholt ne tun sie nicht ich versuche jetzt bestimmt unten den Boss zu holen doch die haben haben die jetzt hier Zeufel kackt ja ne die sind mir grad mit vier Leuten hinterher gelaufen ja die haben hier Zeufel kackt die Noobs dann machts schnell wie gehts nur vielleicht raus wir sind dann nochmal die kommen jetzt in eure Richtung versuchen mal zwischenzulaufen der Rayna der Rayna der kommt der ist schon da der Rest kommt jetzt auch ja Rayna nur schnell geht raus geht raus doch weg 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 schnäme gleich zurück ne kommt jetzt alle geil in die Mitte wir haben jetzt das nächste Unkraut ja lass doch schnell das Camp können wir doch eben machen oder? ja das können wir das machen bis ich da bin so und dann direkt bis hin zu ah dann jetzt dein Einsatz oh sie haben den Boss gemacht oh sie haben den Boss gemacht oh sie haben den Boss gemacht ja 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 wir müssen auf mal nen Boss denken wir müssen auf mal nen Boss denken ich sollte vielleicht die Vasalle mit so und hier ja Nova ist down und so fuck guck das ist ein Gott ich kann nix AG machen die haut ist mir einfach nur ein halbes Leben dick so ein Scheißkissard von oben könnte auch Taster da kommen oh nee der ist halt schon da aber wenn ich die ganze jetzt so langsam ich kenne mich neben dem Tower ich geh zurück ich bin fast tot ich geh da nach unten Diffen ich geh da auch zurück ja Gott mehr kann ich ja auch nicht machen er musste mich noch und jetzt er verpiss dich nice ich will nix machen hopp den Boss machen ich glaub doch nicht wirklich dass er dich tötet wenn ich den Ball gemacht komm wir holen den Viererkampf gerade ja vielleicht deren auch noch oder ja das oben super wir sind zu fünft tacke du 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 oh das da könnten wir was holen jayner 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 dann Rayner genau genau so schön und jetzt können wir eigentlich direkt auf die Masse zugeben und jetzt direkt auf die Gute da war Tasser da ich bin scheißegal was die wir so einlegen sind wir haben sie keine Chance wir gehen jetzt zurück wir leben die Mops in der Mitte dann komm ich sofort nach und Korten so ich mach jetzt meine Ulti an und dann geht's ab Attacke ich geh auf die Hauptschöne drauf boah auch englische Scheiße geht auf den Hauptschönen hoch Oh shit Nee jetzt wollen wir uns nicht lieber das Zeug holen Nein mach jetzt mach jetzt Er wird doch auf die Aufruf zu schießen, mach das Ding, kann ich. 15 Sekunden haben wir noch. 10. Ich kann zu noch mal 30 Sekunden stunnen. Ja, ist okay. Geht doch. Nice. Meine Fresse, ey. Beruhig dich, Paddy. Ei, ist doch vor. Manche vor. Wir haben gewonnen, Alter. Shut the fuck up.